Sänger Gigi Anderson genießt das Rampenlicht und schaut sich ganz gern mal um, wie das seine Frau wohl findet. Schlagers Hagi. G. Anderson, 74, kann es einfach nicht lassen. Seit 36 Jahren ist er glücklich mit seiner Frau Monika, 65, verheiratet, doch trotzdem gebt er offen zu, ich gucke mein Leben lang jedem Rock hinterher. G. G. Anderson, ich gucke mein Leben lang jedem Rock hinterher. Schuld daran sei vor allem sein Beruf. Denn ob auf Tour oder im Tonstudio, zum Flirten hat der Musiker immer viele Gelegenheiten. Auch beim Videodreh zu seiner neuen Single Du hast den Teufel geküsst konnte G. G. die Augen einfach nicht von der jungen Tänzerin lassen. Wenn in meinen Videos hübsche Mädchen auftauchen, ist ein kleiner Flirt immer ganz nett, schmunzelt der Sänger. Was wohl seine Frau Monika dazu sagt? G. G. Anderson und Ehefrau Monika, gibt es Grund zur Eifersucht? Denn so etwas aus dem Mund des eigenen Ehemannes zu hören, muss doch ganz schön demütigend sein. Aber der Musiker winkt ab. Angeblich mache das seiner Frau nichts aus. Wenn Monika dabei ist, sagt sie nichts. Sie schmunzelt nur, weil sie mich seit 48 Jahren kennt. Sie weiß, dass ich gerne flirte. Die Grenzen würde G. G. Anderson jedoch nie überschreiten. Es gibt viele hübsche Mädels auf dieser Welt. Doch ich sage immer, Appetit kann man sich holen. Gegessen wird zu Hause.